Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, dass Frauen heute sowas wie ein grünes Gras-Syndrom haben. Das heißt, dass für sie das Gras in einer Beziehung auf der anderen Seite immer ein bisschen grüner scheint und solide Männer gerne schnell mal ausgetauscht werden. Das ist also die Art der Hook-up-Kultur, die man Frauen sozusagen reingedrückt hat und mit der sie sich glücklich fühlen sollen. Was logischerweise zur Folge hat, dass die Halbwertzeit der Beziehungen immer kürzer wird und die sexuellen Erfahrungen von Frauen immer mehr werden. Jetzt sagt natürlich Mandy das, was man mir sagt, was sie sagen soll. Wenn Männer das tun, kann ich das auch tun und überhaupt ist es viel fairer, wenn wir Frauen gleichberechtigt sind. Die Sache hat nur einen Haken. Frauen sind Frauen, weil sie keine Männer sind. Das heißt, der Beziehungsmarktwert, den man Frauen zumisst, der fußt auf anderen Maßstäben und das, was Männer attraktiv macht, macht Frauen nicht nur nicht attraktiv, sondern in vielen Fällen sogar abstoßend. Wie das hier ganz klar bei der Anzahl der Bettgeschichten der Fall ist. Und hier gibt es auch nichts, worüber man sich beschweren könnte. Dieses Phänomen hat schon seit Urzeiten Bestand und wird sich auch nicht ändern. Und ja, hier kann ich gerne mal den besten Tipp an moderne Frauen geben, den sie sich nur wünschen können und den sie in ihrem Leben vielleicht bekommen werden. Aufgepasst! Niemand hindert euch daran, das zu tun, was wir hier besprechen und von uns aus könnt ihr einen Marathon nach dem nächsten fahren. Ihr werdet ja, wie wir alle sehen können, sogar animiert, das zu tun. Ihr solltet euch nur eines bewusst machen. Immer, wenn ihr es mit einem hochwertigen Mann zu tun habt, dann packt ihr euch in eine von zwei Schubladen. Entweder in die nur Sexzone oder in die Beziehungszone. Nicht anders also, als ihr Frauenmänner in die Kumpelzone steckt, aus der sie schwer wieder rauskommen, sind Topmänner bei Frauen, die sie in ihr leben lassen, wählerisch. Und je mehr Erfahrungen ihr habt, desto geringer wird euer Beziehungsmarktwert und desto schneller und tiefer landet ihr in der nur Sexzone. Ihr werdet das nicht merken und er wird es euch auch nicht sagen. Er wird sogar hier und da Dates mit euch organisieren, Blümchen für euch mitbringen und schlag mich tot. Aber er wird nicht in euch investieren, er wird keine romantische Bindung eingehen und er wird den Teufel tun, euch als seine feste Partnerin auch nur in Betracht zu ziehen.